Und die brauchen doch langsam mehr. Ok, jetzt muss ich weg. Dass ich mein Energieschild wieder verbessert habe. Komm, endlich mal mehr. Oh, und den noch. Zwei, drei, vier. Immer wieder dieses hochnehmen. Und kaum mehr Animationen werden schon weg. Aber hier. Der ist weg. Das ist fast dasselbe. So. Und weg. Gut. Oh oh. Hier unten geht es weiter. Ist das nur eine Sackgasse? Hier unten. Dürfte es auch gehen. Irgendwie, irgendwo. Irgendwann. Ah. Hier geht es weiter. Hier geht es ja halt nicht weiter. Komm. Muss ich jetzt wirklich da hoch? Das nervt doch. Okay. Hier unten ist nichts. Gehen wir mal fix dran noch. 2-3. 2-3. Lässt ich in meine Zeit? Das ist wahrscheinlich nur gut, immer ein bisschen Zeit, aber im Moment haben wir uns doch noch beschneidig. Bitte, bitte, bitte. War ja klar. Diese dämlichen Emote-Kills dauern auch immer viel zu lange. Mit dem Hammer kannst du nichts machen. Ist zwar schön und gut, aber ich würde meine Axt gern wieder haben. So viel zum Thema Axt. Gut. Ich gehe mir, weil er will erst mal rechts holen. Oh Mann. Ich charge ja jedes Mal an dem vorbei. Das ist schon blöd. Ah, hier. Wunderbar. Die Stellung ist wirklich viel. Das ist schon blöd. Ah. Ich hau mit so einem Hammer auf den Elen ein, der will im Wild einfach nicht sterben. Was sind wir denn hier? Das hier oben ist jetzt sauber. Hier unten hat man doch die Schraube. Jetzt muss ich mal da vorne hin. Und die restlichen Mörser-Orbs töten. Das ist Mörser-Orbs. Das sind nicht unser Problem. Okay. Gut, nichts mehr. Komm doch mal hin. Und? Jetzt muss ich weg so schnell wie möglich. Obwohl mich noch so ein Mörser-Ding trifft. Wo fliegen die denn alle her? Nach da hinten. Oh Mann. Was ist denn scheiß Mörser? Ja. Okay. Ich glaube der ist immer noch nicht dort. Ich glaube der jetzt mal. Scheiß Mörser. Scheiß Mörser. Scheiß Mörser. Scheiß Mörser. Einer weniger. Jetzt nur noch den da oben links. Jetzt muss ich dort so gehen. Das ist ein Tosch. Das ist ein Tosch. Das sind eine Stoffe. Sonst schnellstellt. Die Stoffe gehen. Sie sind ein Tosch. Die Stoffe gehen. Oh ah. Wo hab ich schon wo? Das ist ein Tosch. Ok den haben wir, den auch, ok den wahrscheinlich auch, wenn es nur noch einer ist dann, oh komm, werde ich mit denen mal wegtöten aber, eins, zwei, so, ok ich schluppich nehm doch die Axt, ja das ist cooler gewesen, da benutze ich nen Melter, da kann ich viel besser das ganze Zeit benutzen Und jetzt auch noch die Chaos-Ketze. Ich bin überrascht, dass hier überhaupt noch etwas steht Ich bin überrascht, wie lange ich so komische Aufzug hier brauche. Ein bisschen schneller wäre schon ganz gut Irgendwie, oh na, hm? Ah, endlich Ich bin überrascht Wie sollen wir uns in den Schaden? Die Edition des Chaos? Soldat! Heißen Sie sich gefälligst sofort zusammen! Ja, Ma'am Die anderen Züge ziehen sich zur Bastion zurück. Stellung halten, sonst sind sie abgeschnitten Zum Gruß, Ultramarines Wie ist ihre Lage, Leutnant? Erstaunlich gut, wenn man bedenkt, dass wir von allen Seiten von feindlichen Horden umgehen sind Wir gehen zurück zum Kommandoposten, Käpt'n Wie die das hier nur überlebt hat? Große Frage Zwei, wäre das oben gezeichnet? Ich hab keine Ahnung Oh, komm, wir sind vielleicht 20 Die Zähne sind okay Komm, komm Wie sind die Tiere denn mit ihr an? Zerschlägt das Speckprinz! Zerschlägt das Speckprinz! Oh, ich bin...